Damit darf ich willkommen zurück fürs Projekt mit dem Rennen, die im LS19 Hallo! 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 Sie können? Kann ja Bereich freigegeben Hallo! Nach und nach Ich wollte jetzt erzählen Vorne jetzt Na ja, korrigieren Boah! Boah! So ein bisschen Was? Da hat schon wieder gerade eben So wieder Ach! Ist das ein Fisch oder so, der davor ist, dass der Doppel Koggi macht? Wann schon so ein Spack da noch mal ein bisschen beim Absägen, weißt du? Ach so Oh, jetzt sehe ich schon wieder die Bäume Wahnsinn! Oh, geil! Ich bin noch mehr da Mitten im Wald Hab sonst nur Dunkelheit gehabt Also, warum so Das dicke Teil nach unten Oh Ja Okay Ah Mhm. Fuck mal weg. So. Den Schnulli wieder zusammen. So. 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 Facebook. So. 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 Alec. So. Ja. Ich bin so schön, ich bin so schön, ich bin so schön. I love you. So. Okay. Mmm. Like it. One, one. Ich weiß nicht, dass ich nicht so gut bin, aber ich weiß nicht, dass ich nicht so gut bin. Das war's für heute. Große Nachfahrer in der Spinnerei. Wahnsinn für Wolle, was? Wird ich das hier helfen brauchen? Naja, wir haben hier auch... ...unzipiell neu, wenn die das bräuchten. Oh sch... Das ist ein Brüm. Sieht sehr gut aus. Ja, ja. Er federt ein bisschen nach. Auch nur ein bisschen. Kollege. Gerade oben fallen. Ja, ich habe das einfach gewollt. Ja. Ja. Sch... ... ... Aber you know how to skip the madness And I can only press weeple Ever just sing in me Sometimes you bounce around me Let's go I don't think I'm sorry I don't think I'm sorry I don't think I'm sorry What's up? What's up? Voll oder was? Ne. Was, spackt der rum? Nein, ob du voll bist. Ja, kurz vor 18 Uhr, da kann man schon mal an Pfingsten schütten, ne? Logisch. Ne, ne, passt noch. Ne, passt noch mal. Ne, passt noch mal. Wunderschön, aber wir sind ja erstmal fertig, sie haben eh das Wort zum Sonntag, aber das ersetzen wir heute mal, gucken sie mal, wie es mit der Leitung passt das so, gefällt ihnen das so. Warum muss ich das gar nicht machen? Ja, es sieht auf jeden Fall schon so eher aus wie bei der Amis, jetzt bräuchten wir halt eigentlich den anderen Trailer mit den verstellbaren rum, weil da hast du hinten hier nochmal eine Zwischenwand drin, da kannst du dich nicht, obwohl das für manche auch schwer ist, das so zu verladen, auch viele orientieren sich dann an der Wand halt, die pressen das da immer ran, aber es sieht schon so, es sieht besser aus wie das, was wir vorher fabriziert haben. Vor allen Dingen, es hat alles eine Länge, obwohl das von hier aus null so auffällt. Das ist richtig. Ja gut, hier vorne, das nehmen wir mal dran vorbei. Vielleicht überstehen, ja, aber sonst, also ich denke auch, das, wie viel hatten wir bei der letzten Ladung? 37k. Also ich denke, wenn wir das abgeben, das könnte wahrscheinlich auch mehr werden. Alles schön ineinander, gut, hier haben wir ein bisschen was ausgelassen, aber wenn du es so siehst, da kriegst du ja noch einiges oben drauf. Hier nicht mehr, naja, hier hinten, da passt noch ein bisschen was drauf. Ja, ansonsten von der Verladung mit dem Kran geht ganz gut eigentlich, oder? Ja, ja. Dadurch, dass die Kralle so eine große Auflagefläche hat, glaube ich, wackelt der auch nicht in dem Ding so hin und her, ne? Ja. Ja, das ist schon ein schlechtes Gerät, aber wenn du überlegst, wir zahlen ja überhaupt den Leasingkosten dafür, ne? Das kommt leider auch dazu, ja. Die sind alle geleased, oder? Die sind alle geleased. Au! Wir haben geschwult, ne? Ach ja, hm. Naja, whatever. Obwohl, im Moment, wir werden ja am Mittag nach dem Motivierenkosten abgezogen. Wir haben jetzt 19.000, ja 30.000 haben wir dafür jetzt bezahlt. Aber wir haben ja jetzt nochmal zwölf Stunden damit gearbeitet. Ne, das Prinzip funktioniert immer noch ein 24 Stunden Abrechnungszeitraum. Ja, da wird abgerechnet, aber du hast ja, äh, steht ja extra da, pro Stunde so und so viel. Ja, aber das errechnet, ja, aber das errechnet sie. Wir haben jetzt ja für Dienstag, also für gestern, haben wir Mietkosten von 49.000 gehabt. Ja. Ja, man sieht's ja auch, pro Arbeitstag kriegst du erstmal das aufgerechnet. Und dann pro Arbeitsstunde kostet zum Beispiel das Gerät, was du hast, nochmal 7.350 Euro. Ja, das wäre aber dann, ja, aber dann hätten wir jetzt keine 50.000 für gestern gehabt, weil wir haben dann ja extrem vorgespult. Ja, aber wir haben ja gestern auch erst spätabends angefangen mit Spulen. Ja, aber davor hatten wir auch die Maschine ja auch schon eine Woche. Weißt du, wenn du überliest, und alleine jetzt um die Nacht, da hätten wir ja schon 6 Stunden, da hätten wir ja schon über 50.000 dafür bezahlen müssen. Das letzte, wo wir aufgehört haben, haben wir uns die zum Schluss geholt, da bin ich doch mit dem hier erst hier hergefahren, mit dem den du hast. Ja, aber den anderen, den du hast, den Sägen, den haben wir schon seit letzter Woche. Naja. Whatever. Vielleicht sind wir um Mitternacht einfach pleite. Genau, ins Wunten. Was ist die Saison, das ist deine Feierabend. Alles klar. Wann, hast du dich nicht vergessen, ne? Und bis zur nächsten Folge. Tschö. 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 Tschö.